Hey Freunde, willkommen zurück zum neuen Final Fantasy 7 Rebirth Guide und heute zeige ich euch ganz schnell ganz flott alle Chocobo Haltestellen im Grasland. Ganz easy, zeige ich euch einfach auf der Karte und dann könnt ihr alle Stopps haben, werden ja so erstmal nicht angezeigt, deswegen dachte ich mir der Vollständigkeit halber, lade ich das nochmal hoch und zeige euch wo ihr alle Bushaltestellen Schilder aufheben könnt. Ja und das machen wir heute erstmal im Grasland, natürlich gibt es dazu auch noch ein Video im Kanal, wie wir das in Juno machen und da könnt ihr einfach mal reinschauen, pusht das Däumchen nach oben, lasst ein Abo da und los geht's Freunde, jetzt werden wieder Chocobos geknuddelt. So Freunde und da sind wir auch schon ganz easy cheesy auf der Karte und da schauen wir uns einmal an, wo die ganzen Chocobo Haltestellen sind, wie ihr die aktiviert wisst ihr ja eigentlich selber, von daher zeige ich euch die nur auf der Karte, damit ihr sie ganz easy verfolgen könnt oder mit eurer Karte abgleichen könnt. Die erste Haltestelle ist also hier oben, einfach ganz normal den Weg folgen, kann man eigentlich gar nicht verpassen, wenn man Richtung Blumenwiese geht. Ja von dort aus ist die nächste Haltestelle hier in diesem Bereich und der ist relativ mittig an der Straße, von allem das geht eigentlich ganz gut. Dann gehen wir hier rüber, ist die nächste Haltestelle direkt, wenn man reinkommt ins Felsengebiet quasi vom Grasland, könnt ihr euch das Ding holen. Das hier oben ist eigentlich die allererste Chocobo Haltestelle im Game überhaupt und die habt ihr mit Sicherheit so oder so schon alle und dann gehen wir auch weiter zur nächsten. Die nächste ist nämlich hier unten, relativ nah diesem hohen Gebirge und da könnt ihr die nächste Chocobo Haltestelle finden. Darunter ist auch noch gleich eine, wenn wir dann Richtung Sumpf laufen, ist die relativ praktisch, könnt euch immer natürlich zwischen dieser Schnellreise hin und her teleportieren, das ist schon sinnig. Der letzte ist hier ganz unten rechts in der Ecke, da könnt ihr dann auch nochmal die Schnellreise, die Chocobo Haltestelle aktivieren. Und dann haben wir noch einen letzten, nämlich ganz oben im Norden, da ist er und dann haben wir alle Chocobo Haltestellen, Freunde. Ja, alle Geiz zu Final Fantasy 7 Rebirth im Kanal, klickt euch da rein Leute und bis zum nächsten Mal. Ja.